Wie geht die Brexit-Verhandlungen mit in die Waagschale zu werfen? Zunächst in dieser Zeit der Verhandlungen verändert sich zwischen der EU und Großbritannien nichts. Nach wie vor ist Großbritannien einer der wichtigsten Handelspartner für die bayerischen Unternehmen. 21 Milliarden Euro haben Großbritannien und Bayern im letzten Jahr miteinander ausgetauscht. Das wird sich auch nicht ändern nach einem Brexit. Man muss nur berücksichtigen, dass Großbritannien einen Drittstaat-Status bekommen wird. Also werden Zölle und andere Dokumente eine größere Rolle spielen. Dass miteinander Geschäfte machen wird schwieriger werden.